Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Marc Staubli von der BW Group Schweiz und es freut mich sehr, Ihnen heute unseren neuen High-End-Bluetooth-Hörer, den PX8, ein bisschen näher zu bringen. Es beginnt schon, wenn Sie den Kopfhörer auspacken, Sie sehen, dass dieser sehr hochwertig ist. Edle Nappa-Applikationen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch dicht ist. Dann Aluminium-Druckkuss vom Bügel, Metall-Chassis und Sie sehen auch bei den eingebauten Treibern, Treiber sind leicht schräg eingebaut, um die optimale Akustik für das Ohr zu garantieren. Auch ganz stark verbessert ist das ANR, das Noise-Canceling-System, das jetzt sehr ausgewogen daherkommt. Der PX8 deckt nun wirklich alle Möglichkeiten des täglichen Bedarfes ab. Ob das im Pendel, im Zug ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das zum Telefonieren ist, ob das für die Videokonferenz ist oder ob das dann nachher zu Hause ist, um wirklich entspannt auf sehr hohem Level Musik zu konsumieren. Der PX8 ist ausserordentlich einfach in der Bedienung. Er hat klare, gut zugängliche Tasten, welche in jeder Funktion und in jeder Position gut bedient werden können. Oder Sie können, wenn Sie weitere Funktionen bedienen wollen, können Sie das sehr gut und einfach über das App von Bows & Wiggins machen. Technisch ist der PX8 auf dem allerneuesten Stand. Die guten Codecs APTX und APTX Adaptive, aber auch AEC, werden vollumfänglich unterstützt. Und somit können Sie das Gerät an allen Quellen betreiben. Ein wichtiges Feature ist auch die Betriebszeit. Der PX8 läuft 30 Stunden, ist sehr schnell geladen und so auch für längere Trips und Turns, wie zum Beispiel ein Überseepflug, bestens geeignet. Er verfügt auch über einen technischen Leckerbissen, nämlich ein Carbon-Membran. Und das bringt Ihnen vor allem bei hochauflösender Musik einen unglaublich tollen Klang. Am besten testen Sie das selbst, weil das muss man selbst erleben.